Hallo, mein Name ist Kurt und in diesem Video baue ich den Zauberstab von Rita Repulsar aus dem neuen Power Rangers Kinofilm. Ich habe damit angefangen die Goldzähne zu modellieren, dafür benutzt du am besten lufthärtende Modelliermasse. Die ist schön leicht und weich und lässt sich super einfach verarbeiten. Von den Zähnen brauchst du echt viele. Ich habe die dann schon mal gold grundiert und dann mit Nagellack überzogen, was aber unnötig war, weil wir später sowieso Sprühlack benutzen werden. Dann besorgst du dir einen Besenstiel, der ungefähr 1,40 Meter lang ist. Vom Griffende schneidest du ihn etwa 10 Zentimeter ab. Dann verpasst du dem Besenstiel diese Struktur. Dann schleifst du ihn gut ab. Dem unteren Teil verpasst du so einen Einschnitt und umwickelst du das Ganze mit Alufolie, damit so ein Knäuel entsteht. Und mit der Heißklebepistole überziehst du das Ganze mit so einer Art Gewebemuster. Wenn das Ganze gut getrocknet ist, fummelst du die Alufolie heraus, sodass nur der Heißkleber übrig bleibt. Und das Heißklebegewebemuster klebst du dann über diese Delle im Besenstiel. Diese dünnen Heißklebefäden bekommst du einfach mit dem Feuerzeug weg. Aber sei vorsichtig, dass du den Kleber nicht verbrennst. Schütte dann Thermoplastik in heißes Wasser und verpass dem Stiel am unteren Ende eine Spitze. Um den Kiefer zu formen, suchst du dir erstmal eine Vorlage aus dem Internet und zeichnest sie dir ab. Und dann baust du mit Alufolie die Form nach und umwickelst du die Alufolie mit Modelliermasse. Die Zähne waren dann doch etwas zu lang, um sie komplett in den Kiefer stecken zu können, also musste ich sie etwas kürzen. Drücke sie etwas in die noch weiche Modelliermasse und klebe sie mit der Heißklebepistole fest. Ich habe den Kiefer dann am unteren Teil noch etwas erweitert, weil er doch etwas kurz war. Ja, der Rest ist Detailarbeit. Aus Thermoplastik formst du dann die ganzen einzelnen Elemente. Um Thermoplastik zu sparen, kannst du den Kern aus Alufolie machen. Dann wiegt das Ganze auch nicht so viel. In das Ende, wo du 10 cm abgeschnitten hast, brauchst du ein Loch mit einem Messer. Und dort hinein klebst du eine relativ lange Schraube. Das Ganze kannst du noch mit Thermoplastik fixieren. Das gleiche machst du in diesem großen Krallenelement. Einfach eine Schraube mit reinbauen. Und dieses Ende umwickelst du auch mit Alufolie und klebst dir dieses Gewebemuster auf. Dann kannst du den Kiefer aufschrauben und das Ganze miteinander verbinden. Um die Schraube herum formst du dann so ein Element aus Thermoplastik. Und darauf kannst du dann auch schon deine Powermünze kleben. Wie du eine Powermünze machst, zeige ich dir in diesem Tutorial. Einfach hier klicken. Das Ganze ist die Kiefer aufschrauben. Die Power-Münze lackierst du mit Acryl-Schutzlack und klebst sie danach mit Malerkrepp ab. Mit Universal-Grundierung besprühst du den kompletten Stab, lässt es gut trocknen und lackierst ihn mit Gold-Effekt-Lack. Dann kannst du die Münze vom Malerkrepp wieder befreien und einzelne Schäden mit goldenem Nagierlack ausbessern. Mische dann viel Weiß mit einem kleinen Klecks Gelb und einem Mini-Klecks Schwarz und bemale damit das Kiefer-Element. Wenn du dann zufrieden bist mit den Details und hast da noch was ausgebessert und da was verbessert, überziehst du das Ganze mit Sprüh-Schutzlack. Und das war's dann eigentlich schon. Hier ist der fertige Rita Repulser Zauberstab aus dem neuen Power Rangers Kino-Film. Ich hoffe es hat dir gefallen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.